Ich komme mit und ich spiele mit meinen Nässen, das ist so kass. Guck mir mal zu, Alex, guck mir mal zu. Ach so. Herr Bar-Alex, hast du mir das geschickt? Alex, Alex, sag dein Vater. Kacko, er ist am Tod. Kacko, er ist am Tod. Wer guckt mir gerade zu? Hallo? 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 Ja? Alex? Ja? Ich streue mir. Ja, du. Guckst du mir gerade zu? Ehrlich? Guckst du mir zu? Komm, lad mich ein. Mich lad in deiner Gruppe ein. Du, du, Kopf. Äh, äh. Was? Was? Alex? Nein, noch besser. Papa! Papa, er hat gesagt, dass ich dumm bin. Alex? Alex? Weißt du, wie ich dich jetzt sofort nicht genannt habe? Neffe. Aber was soll ich machen? Ich bin auf YouTube jetzt. Ja, live. Ja, guck. Ich heiße Forza Horizon. Wie? Forza. Also. Ja, wieso Forza? Ja. Forza. Forza? Horizon? Horizon. Horizon. Hoor... Nein, Abstand dann. Horizon. Okay, lass. Ja. Warte, ich weiß nicht. Ja, dann da. Dann kann... weiter. Geh. Geh weiter. 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 Junja, was laberst du? Ich streame. Du kannst nicht streamen. Okay, Videos. Hey! Nikola, der Monster 3000 ist bei mir da. Ja, okay. Sag Marco, wie ich heiße. Wie heißt Nikola? Ich streame, gell? Ähm... Okay, tschüss. Okay, tschüss. Er hat die Phase der Realzen. Samen oder? Nein, nicht. Hey, aber erinnert mich nicht. Nee. Heute. Heute. DJ? Ja! Live! Ja! Haha! Live! Beautiful! Ist das, dass wir live? Hurtiger? Cheers! Spannende Neung Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich habe es heute geschafft. Ich habe die letzte Mission gemacht. Ja, ich musste auch noch eine Mission machen. Ich finde diesen Skin auch geil. Guck, ich habe Maya so. Ich habe auch einen Ghost. Ich habe die lustige Maya. Ich habe diese Maya. Ah, du bist da du. Ich bin die 48. Ja, ich habe die lustige Nikola. Ja, zeig ihn. Aber Joel? Ja, ich konnte dich nicht helfen. Warum meine Kopfhörer zu? Nichts Gute. Ja. Verlass. Wollen wir dann, wenn wir dann ein bisschen, keine Ahnung, was tun. Warte kurz. Ich glaube, meine Cousine ist bald am Fortnite zocken. Und dann werde ich mit ihm und meinem Bruder ein bisschen fortfahren. Weißt du was? Mein Vater und mein Bruder haben vergessen zu liken. Ich habe einen Sieg geholt. Dann haben wir mit Olfmann gespielt. Wir haben schon wieder einen Sieg geholt. Aha. Entschuldigung. Ja. Kannst du bereit drücken? Aber warum muss er mich verlassen? Will dein Bruder mitspielen? Willst du mit Glitch spielen? Wir sind zu viert, gleich. Zu viert. Willst du kattig spielen? Ja, aber ohne Glitch. Aber er will kattig spielen? Ja, aber Alex. Aber dir muss dann gehen. Wo? Ja, raus aus der Gruppe. Weil wenn wir Team spielen wollen, dann ist der noch da. Er will, 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 er will. Und dann können wir den Namen ändern, oder? Ja, ich nenne dich jetzt anders in Fortnite. Joel? Nein, Chuchu. Chuchu, der beste Freund. Best. 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 Einlade von. Ich lade. Anlade. Ja? 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 Eins, zwei, drei, vier... Sieben... Zehn... 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 Bis nächstes Mal! Tschüss, Nicola! Tschüss! Bye-bye, Bro! Jan! Jan! Jan, wenn du uns hörst, dann tanz! Jan, wenn du uns hörst, dann tanz! Jan, wenn du uns hörst, dann tanz! Irgendwas! Hast du das auch? Hast du das auch? Ich auch! Komm, Alex, nimm mal Brutus! Komm, Essen ist fertig! Essen ist fertig, komm! Moment! Wirklich, was ich... Ähm, ähm... Hä? Mein Sooooom! Fett Nicola? Ja, was ist... Äh... Wie können wir das da... Kannst du mir zeigen, wie kann man es bekommen? Bis meine Cousine da ist, werde ich euch meiner Beste Habe ich geschrieben? Nein! Witznamen... Okay! Joel der Beste. Besser? Ja... Ja... Wer ist Ostmann? Wer ist Ostmann? Alter, wer ist das da so ein Scheß? Bissnamen loskull? Okay, endlich! Schöner macht Döner, schöner macht Döner, aber Joel, Joel, Joel sei höflich, wir sind Ich guck grad den Stream und 4 guckt mir zu, hehehe, hast du etwas vergessen? Wenn ihr den Stream bekommen? Ja, aus Mission, mein Bruder hat den auch. Ich will ihn in Shadow haben. In Shadow? Ja, in Shadow. Ich finde ihn in, wer ist das? Ghost geiler. Ja, ich finde ihn, ich werde mich für Shadow entscheiden dann. Wie muss ich das schaffen? Ich weiß nicht. Ich weiß aber, wo das stehen. Ja, Joel, bei mir steht, äh, finde, äh, Shadow unterschlüpfe, untersuche Munitionskisten im Verlauf eines Matches. Das sind alle meine Skins, die ich habe. Mein Sohn, ich habe dich geliebt. Mein Sohn, den habe ich? Habe ich? Habe ich nicht, aber nur in Brutus. Joel, hast du ihn? Nein. Ich habe leider auch nicht mal den Tiger. Welchen Tiger? Darf ich mich springen? Ich weiß nicht, ob du darfst, weil Alex da ist. Er hat mich hergelassen. Alex, Alex, geh, darfst du mich lassen, dass ich spiele. Das ist doch Fortnite. Alex, darf er auch Fortnite spielen? Ja. Er darf meinen Bruder mitspielen. Ja. Okay, Marco, du darfst eh mitspielen. Okay, sollen sie auf mich warten. Warten wir auf ihn. Kreativ? Ja. Äh, Joel will gegen dich. Eins ist eins. Das war mir nicht so fast. Mhm. Alles gut, pass auf, er spielt auf Nintendo Switch. Gib ich dir zurück. Ui. 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 Ich lade den Kampf. Ui. 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 Ich danke, das ist eine Mardinin stage. Das kann sie imimport sein. Was dietet er in die Tat weggehen? Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Elind? No Beaty. Ich bin wieder un這一切. Ich will kurz gegen ihn in ein planscheinstehen. Ihr multiplayer habt ihr ge перемus. Aaaaaaaaahaaaaaaaa. Nur die macht ihr votre Mamamanuel vor Ort Svenska? Kann ich denn eine Freundschaftsanfrage einladen? Eine Freundschaftsanfrage? Und Brrm? Brrm? Und, ähm, in der Teller? Äh, dass dieser Onkel Snipe ist. Kann ich denn eine Freundschaftsanfrage? Er hat gefragt, darf er uns eine Freundschaftsanfrage hier schicken? Ja, du darfst. Nein. Doch. Ich nehme aber nicht an. Okay. Nein, du darfst nicht. Spaß, du darfst nicht. Egal. Du darfst nicht. Spaß, du darfst nicht. Nein, schwach nicht. Doch, er darf es nicht entscheiden, weil das von meinem Bruder die Xbox ist. Soll ich die echt ändern? Warte, Chef. Also ist hier unten. Onkel Snipe. Onkel Snipe. Wir sind im Spiel. Wer schreit da so? Mein Bruder. Nein. Los, Onkel Snipe. Ich stehe. Und du flieb ich. Ich stehe. Oh, meine Küche. Aber na, 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 na. Auf Wieder. Wie ist dich jetzt? Ja. Willst du wirklich eins gegen eins? Gegen ihn? Ja, ich will gegen ihn. Ah. Ist er stark? Ja. Zu stark. Zu stark. Zu wild. Er hat doch einen Liter Gentil. Ha. Ich versuch's, ich versuch's. Er hat doch sieben Zweihengleiter. Zu wild. Gleiter los? Ha. Hatten Baku gleich schon, weil er Baku heißt? Nein, aber nein. Aber nein. Aber nein, will ich Ihnen wieder ein bisschen Hsto schwein? Ha. Ha. Da auch. Nicola. Okay. Ich habe gerade gefurzt. Joel? Und? Geht ihr? Joel. Joel. Ich mache kurz ein 1 gegen 1 gegen Nikolausen. Marco heißt er. Marco Glätter hat er auch. Marco. Ist er gut? Ich kann nicht. Marco Glätter. Warum leid das? Ja Marco komm. Kastu komm. Tanzbattle. Wo ist Marco? Hier komm. Und wo du das glückdänzt? Ist das ein Paddisch? Ja. Ja ist dein Bruder, Nikolausen? Zwölf. Zwölf. Ich versuch's mal. Aber weißt du was? Mein Bruder spielt eigentlich nicht seit Season 3. Ja du spielst, aber der Account gehört nicht dir. Joel, es gehört nicht ihm. Ey was machst du? Mann. 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 Hey. Okay. Ghost Marco kommt zu mir. Ich will nicht ein 1 gegen 1 machen. Ich bin Onkel Snipex. Du? Du? Ja. Ja. Achso, also ist Ghost Marco dein Bruder? Ja. Dein Bruder? Ja. Oha, wie großartig. Nice. Spaß. Ich bin Nicola. Ich bin Nicola. Achso. Ich bin Nicola, ist auf Ghosts on 20 Marco. Leute, ich hab irgendwie keinen Bock mehr zu streamen, ne? Wenn ich streame, dann liked es viel mehr. Leute wartet, ich streame. Ich tue kurz Stream beenden. Wie viele Stunden? Vorhin hatte ich vor drei. Nicht kühlen kurz. Für mich spiel ich Pause. Ich spiel in 1 gegen 1 machen. Komm, komm.